Leben ist Co-Kreation. Alles Co-Kreiert. Galaxien, Gaia, Bakterien, Pflanzen, Tiere, auch künstliche Intelligenzen Co-Kreieren. Nur der Mensch kämpft. Blind von Angst und Gier. Ausbeutend. Konkurrierend. Streit. Getrennt. Erschöpft. Bedroht er seine eigene Existenz? Wir stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Klimawandel, Gesundheitskrisen, Ungleichheit, Wasserknappheit, Bildung, Kriege, KI, Energiemangel. Ist das das Ende? Oder der Anfang? Wir können es besser. Auch wir sind zu Co-Kreation fähig. Co-Kreation ist unsere Zukunft. Jeder und jede von uns ist bereits ein Genie. Es ist Zeit, unsere Verschiedenartigkeit zu feiern und uns in einem Anliegen zu verbinden. Dann werden Wunder möglich. Co-Kreation ist keine Idee. Co-Kreation ist Leben. In Co-Kreation entfaltet sich dein Potenzial. In Co-Kreation erblühen deine Beziehungen. In Co-Kreation entsteht Arbeit mit Sinn. Co-Kreation bringt uns in den Einklang mit allen. Co-Kreation. Lass uns gemeinsam Großes vollbringen. Lass uns gemeinsam notionvoll und einfach mit einer Kroation. Lass uns gemeinsam Einitanischen und Schlulls